Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Half-Life Opposing Force auf Schwer und ich hoffe diesmal ohne Probleme Ich habe zwar gestern weitergespielt, aber ich weiß echt nicht mehr, wo ich bin Warum ist mein Sound so Mist? Mein Sound ist im Arsch Puff, ok Spinnig Ah super Hey, das ist doch gar nicht so schlecht hier Wieso ist die Plattform eigentlich unten? Toll, super, danke Soll, super, danke Ja Super, was war das? Ich glaube, das haben die gehört Ach ja, hier waren wir ja genau Dreck Wie komme ich da jetzt runter, ohne zu sterben? Au Ja super Wollt ihr sehen, wie ich sterbe? Der war weg So, jetzt sind wir schonmal gekommen Oh, Aua Das hat irgendwie weh getan Hör es nochmal Das mal von der anderen Seite Wir wissen ja, wie schlau die sind Bieste sind Wollte ich gar nicht hin Wollte ich gar nicht hin Wollte ich gar nicht hin Die Leute sind zum Kotzen Die Leute zu uns sind zum Kotzen Die Leute zu uns sind zum Kotzen Hach, damit hat er nicht gerechnet Oh, der Treffer hat. Das kann man nicht kaputt machen, aber auf, das muss man noch leben. Denn Leben ist toll und Leben hätte ich gerne. Ja, hört mal mein Atmen. Lagerinheit. Oh, es ist laut hier. Oh, geil, die Gude. Oh, das war's. 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 Was ist das? Ja, da war ich wieder. Ich glaube, das ist ein Riff. Ich weiß nicht, ob ich da hinwolle. Da war der hin. Ich weiß nicht, ob ich da hinwolle.